Nudel, Penne und Spaghetti, Vorderstinken, Salametti, Salz und Pfeffer, Fleischextrakt, Klopapier noch schön verpackt, wunderbare Hühnereier frisch vom Hof, na klar Herr Meier! Erdbekiwe und Melone, nicht nur Früchte, auch Kondome, Sauerteig und Dinkelbrot, Paprika in gelb-grün-rot, Kartoffeln fest und mehlig kochend, auch in bio-tönt, verlockend, Müsl-Riegel-Kellogs-Konflex, Haferbrei und Schoko, Milchschicks, Erdbeer-Joghurt ist passé, heute isst man Creme-Brille, Moscher isst für die Oma, Whisky-Song, bis ins Koma, leeren Flaschen Wein und Bier, saurer Most, es gilt ich schier. Und ich schaue auf meine Uhr und sehe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich passiere weitere Autovermietungen und ich steuere darauf eine grüne Theke zu und denke, soll ich mein Glück nochmal versuchen? Ich schaue auf meine Uhr und sehe, ich habe noch ein bisschen Zeit.